Kann man diese Kirche noch lieben? Niemals habe ich als junger Mensch gedacht. Die macht viel zu viel Fehler. Da geht es drunter und drüber. Die Vertreter der Kirche machen doch gar nicht, was Jesus so wichtig war. Nach meinem Abitur habe ich ja nicht Theologie studiert, sondern Sozialarbeit und einer der Gründe war, dass ich die Kirche nicht akzeptieren konnte. Mit dem Laden willst du nichts zu tun haben, habe ich damals gedacht. Heute bin ich Bischof. Was hat sich geändert? Vielleicht an der Kirche gar nichts. Aber mir kam plötzlich ein Gedanke. Was wäre, wenn ich plötzlich feststellen müsste, dass meine leibliche Mutter eine Prostituierte ist? Könnte ich sie dann immer noch lieben? Meine Mutter ist natürlich über jeden Zweifel erhaben. Das war nur so ein theoretischer Gedanke, der mich plötzlich anflog. Was wäre, wenn ich plötzlich feststellen müsste, dass meine Mutter jeden Tag auf den Strich geht? Ich wäre so enttäuscht. Ich würde mich so furchtbar schämen. Ich wäre so sauer auf sie, so wütend, so traurig. Aber ich würde sie, glaube ich, immer noch lieben. Denn sie hat mir das Leben geschenkt. Sie wäre immer noch meine Mutter. Und dann habe ich an die Kirche gedacht. Ist das da nicht genauso? Die Kirche hat mir den Glauben geschenkt. Sie hat mir Christus nahe gebracht. Aber sie macht so entsetzlich viel falsch. Sie benimmt sich so furchtbar daneben. Sie prostituiert sich manchmal so. Und darum leide ich an dieser Kirche. Ich schäme mich für das, was da passiert. Ich kann es nicht ertragen. Aber trotzdem liebe ich diese Kirche, auch wenn ich unsäglich unter ihr leide. Besonders jetzt in diesen Tagen zu Beginn der Bischofskonferenz, wo wir Bischöfe über das Thema sexueller Missbrauch an Kindern durch Priester nachdenken. Darum bitte ich euch, betet in den nächsten Tagen der Bischofskonferenz für uns Bischöfe, damit wir unserer Verantwortung gerecht werden und mithelfen, dass die Kirche sich ändert. Betet auch heute Abend mit im Nachtgebet um 22 Uhr auf DOMRADIO.DE. Dein Weihbischof Ansgar.